EMS im Schild Im Studio Emotions steht für elektrische Muskelstimulation. Jeder Bewegung unseres Körpers liegt ein elektrischer Impuls unseres Gehirns zugrunde, ohne den wir keine Muskelarbeit leisten könnten. Durch EMS wird genau dieser elektrische Impuls extern erzeugt und die tiefliegenden Muskelfasern gezielt durch niederfrequenten Reitstrom erreicht. Diese Impulse werden über eine spezielle Elektrodenweste und verschiedene Einzelelektroden an den Armen, Beinen und am Gesäß abgegeben, die dem Kunden entsprechend angebracht werden. Das oberste Gebot bei Emotions lautet persönliche, individuelle Betreuung über die gesamte Trainingseinheit hinweg. Jede EMS-Trainings-Einheit wird speziell auf jeden einzelnen Kunden und seine eigenen Bedürfnisse ausgerichtet. Ein großer Vorteil des EMS-Trainings bei Emotions ist die enorme Zeitersparnis. Eine Trainingseinheit erstreckt sich je nach Training zwischen 20 und maximal 30 Minuten in der Woche. In dieser Zeit trainiert man ca. 93% seiner Muskulatur, während man beim herkömmlichen Training gerade mal ca. 30% der Muskeln erreicht. Das Training bei Emotions ist speziell für all diejenigen geeignet, die ein intensives und höchst effektives Training suchen, für das sie wenig Zeit und Aufwand investieren möchten. Sowohl für Personen, welche sportlich gar nicht oder sehr wenig aktiv sind, als auch für Extrem- und Profisportler, die ihre Muskelkraft zusätzlich noch pushen möchten, ist das Training sehr gut geeignet. Aufgrund des gelenktschonenden Trainings eignet sich die Elektrostimulation selbst bis ins hohe Alter. Emotions bietet speziell abgestimmte Programme, wie zum Beispiel zur Gewichtsreduktion, Stoffwechselaktivierung, einer individuellen Cellulitisbehandlung, einem gezielten Muskelaufbau, zur Fettverbrennung und zur Rückenschmerzbehandlung. Weiter geht's!